Jetzt sag mal, die Tür müssen stehen. Alter, ich bin noch nicht so fit, ohne Witz. Die Tür geht bei mir richtig langsam. Ich habe hier noch ein komplettes Equipment von irgendeinem. Ah, nee, habe ich nicht, das war mein, sorry. So, ich habe insgesamt drei Stacks davon und ein 178. Hat jeder seine Lore? Guck mal rein. Ja, ja. Ich nicht, ich nicht. Nee, ich auch nicht, weil der Herr schafft mich hier rein. Hier. Sorry. Ja, hab's er. Justin, komm mal her. Warte. Ja, du Arschloch. Mach doch den Schnee nicht weg. Der kommt doch sowieso wieder. So, ich habe hier noch ein paar Dings, gell? Hier. Brauchst du noch Material, Schatz? Ich habe noch drei Stacks, 64. Ich brauche noch vier Stacks. Das hat mir eben auch welche gemacht. Jetzt guckt mal, ob die Mauer überall gleich hoch ist. Ja, ich denke, was ist gleich jetzt wieder gekündigt, aber... Guckt lieber noch mal nach. Also, wenn ich hier in der Mitte rumlaufe, sehe ich jetzt alles gleich groß aus. Dann guckt mal einer nach der Steine und craftet ihm mal einer. Ey, Justin, kann man das Loch nicht irgendwie zumachen hier? Das sieht doof aus. Das hier. Na gut, das ist eigentlich der Eingang doch mal. Nein, ich meine das Loch hier. Das einzelne Loch hier. Seht keiner. Genau. Sieht besser aus. Ja. Weil Schneebälder, Alter, wäre schon wahnsinnig hier. Sammel dich mal ein paar schnelle Bälder um. Mein ganzes Inventarhof. Alter. Werf die bloß weg. Ja, mach ich auch. Ich werf die in die Lava dann rein. Ich schlachte schon. Ein Wurstton. Jetzt hab... Ja, ich freu mich wieder, wenn man Spaß macht. Ja, das geht nicht rein, ne? Was geht jetzt rein? Ich bin auch hier auf dem Hof. Dann so scheiß Schneemalweg hier. Ja, mach zu, die scheiß. Ja, ich hab noch. So, jetzt sieht's mal ein bisschen gescheit aus. Ich wette mit dir, wenn wir fertig sind. Mit allem fängt's wieder an. So. Ja, das kann doch passieren. Schnee ist weg. So, wo ich die Lava kann ich die schon mal reinschmeißen. Dann die scheiß Schneebälle. Ja, ich tue sie mit Mike mal in so ein Loch werfen. Mal die despawn irgendwann mal. So, keine Stehbälle mehr. Innen schläft aus. Ich mach mal kurz F1, dass man das so in Münchenzug sieht. Okay. Ach du Scheiße. Fang ja gut an. Mittellentaufnahme. Ich laufe gerade die Treppe hoch. Bin oben angekommen. Lässt du? Toll, dankeschön ey. Glintel. Ah! Was passiert? Alter Putz. Nein! Seid schon wieder an. Ey, muss man irgendwie deaktivieren. Das mit dem Schnee. Jetzt kann man weiter. Jetzt haben wir alle ganzen Scheiß hochgelegen. Zauber gemacht, Mann. Leck mich doch jetzt am Arsch. Was soll ich denn sagen? Wie machen wir jetzt? Der Eingang ist echt schmal, gell? Ja, ja. Ich hätte eine andere Idee. Komm, wir machen hier die Bude zu. Ja, machen wir. Ja, bitte. Wir können doch hier vorne so mehr mit Brücke machen, oder? Ja, machen wir auch. Komm mal her. Mach mal hier die Bude zu. Ich will jetzt mal abzählen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23. 23, Scheiß, es gibt keine symmetrische Mitte, gell? 23. Die Hälfte. So, die Mauer ist zu. Eins, zwei, drei, vier, sieben, acht, neun, zehn. Dann machen wir mal ein ganzes Werkzeug da mal ein bisschen auf die Seite. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Die will ich machen. Zehn breit, oder was? Hier ist der Eingang. Okay. Und da vorne? Wie macht man das hier vorne? Was? Brücke, oder? Ja, aber ich weiß nicht, aus welchem Material wir die Brücke machen. Ja, weil. Baut mal da eine ab. Welche? Also wenn wir eine Brücke machen, würde ich vielleicht... Ich weiß nicht, hast du Spinn... Nee, Spinnnetze gibt es so gar nicht, gell? Doch. Doch, wenn du Spinnen killst. Da kommen dann einfach raus. Da kommt Faden raus, aber brauchst du Spinnnetze? Weil ich würde es dann hier so machen, und hör auf mich in die Lave zu schützen. Ich würde es dann da so runter tun, wie das es aussieht, dass das Tor halt runter geht gerade. Er meint, damit ich Seile. Ja. Ähm... Was wollte ich denn sagen? Es gibt andere Seile. Ich kenne mich leider noch nicht so in der Einszen aus. Ja, aber ich meine... Was ist mit dem hier? Ja, warte mal, ich dropp das mal. Ach nee, es funktioniert nicht. Nee, es funktioniert nicht. Nee, du musst das Spinnnetze, weil... Das soll halt nur so aussehen. Das Spinnnetze tut immer gut reflektieren, finde ich. Ja, und was ist mit Fäden? Fäden, dafür kannst du... Was kannst du denn mit... Fäden sind verbogen. Du mit deinem Bambus, Headset. Ja, das ist richtig nervig. Ich hab halt ein anderes, ja. Die Leine, die kann ich wegschmeißen, ja? Ja, ja, in die Lava, bitte. Hier. Gut. Wie viel Spinnnetze brauchst du denn hier? Hier, nimm mal uns einen Sack. Du? Justin, du bist... Justin, auf. Aber das Tor soll schon unten sein, gell? Ja. Und mit Holzplanken können wir... Wie wär's denn, wenn wir ein Tor machen aus Eisen? Ja, wollte ich grad sagen, irgendwas Metallic ist, wollte ich grad sagen. Wie sieht's denn aus mit Eisenblöcken? Eisenblöcken? Ja. Nicht so hoch. Oh, was hast denn du da getroppt? Wie sieht denn das aus? Voll. Das sieht aus wie Lava-Blocke. Mach erstmal gerade. Einigermaßen. Ja, jetzt hast du... Ach, mein. Ein Bastard. Ja, guck mal hier, lebt's. Wie die Pri. Jetzt hast du's kaputt gemacht. Ich bin grad am Überlegen gekommen, wie kann ich die Kante irgendwie machen. Jetzt musst du... Ja, bisschen runter. Kann man eigentlich der Block hier die, die seid ihr weg machen, oder? Der eine Block hier. Ich denke mal. So, so, so. Er soll fünf breit sein, ne? Ja, ne. Du hast es kaputt gemacht. So. Pass auf da. Ich würd's mit... Ich würd's mit Eisenblöcken machen. Ja. Sieht Eisenblöcke gut aus, oder sieht Eisenblöcke scheiße aus? Jetzt doch einfach irgendwo, einer mal. Ich muss erstmal hier rüberkomme. Hm. Ah, kann man nicht als Seite, ähm, diese Schilder benutzen, für die Brücke, so das aussieht? Was ist mit den Spinnweben? Ne, das soll so sein. Ich geh einfach mal davor. Ich geh einfach hier mal davor. So, hier. Wo ich steh. Dann siehst du's ja. Ja, wie seht ihr... Wie... Wie gefällt euch das? Sieht nicht schlecht aus, aber ich glaub, da fehlen noch so Kleinigkeiten. Das hier ist zu viel. Ja. Hier an der Seite, das Spinnennetz, wo du da gemacht hast. Ich finde, das sieht echt nix aus, das mit dem Spinnennetz. Das mit dem... Das Problem ist, mit Eisenblöcken sieht das echt scheiße aus, muss die Leute sagen. Ja, aber mit dem Spinnennetz sieht's auch nix aus. Das hier kann weg. Was hättest du denn gesagt? Warte mal. Über Holz oder Ding? Holz. Ja, Holz geht nicht. Das brennt bei Lava. Okay. Ne, aber wie sieht das aus mit so Steinstufen? Prob ich aus. Ja, weil... Ich würd's eher... Warte mal, was brennt denn nicht? Was halt auch... Alles außer Holz, gell? Quarz. Quarz brennt nicht. Quarz wär noch geil. Ja, gib mir mal ganz kurz Quarz, ja? Welche? Äh, die normalen, also nicht gemeißelt oder so, die ganz glassen. Quarz-Säule? Ah ne, hier, Quarz-Block hier. Jetzt einfach nur einer da vorne. Einfach mal. Oh, die sind aber ein bisschen dunkler. Ja, das sieht wirklich anders aus. Wenn ich hier direkt davor stehe, mit F1 weg, rechts und links die Quarz-Blöcke dunkler wie die Eisen. Ja, das ist so. Ja, Eisen ist ja jetzt erstmal nur zur Probe. So. So. Ey. Toll, was machst denn du dir jetzt? Soll der gut aussehen, oder? Willst du... Willst du... Die... Die Golden Bridge nachmachen, oder was? Ja, gut. Das sieht scheiße aus mit dem. Ich könnte es jetzt mal warten. Das sieht echt scheiße aus, sieht nix aus. Ah. Mach mal hier bitte jemand die Eisenblöcke weg, tu. Ja, warte, ich mach's. Eisenspitz halt geht es langsamer, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch einen Unterschied gibt zwischen Eisen und Diamant, weiß ich gar nicht. So, hat er jetzt weggemacht. So. Okay, jetzt richtig Lust. Links-Klick zu machen. Der ist ja nicht schlimm, ich werde eh nicht sterben. Ist er? Ja, komm doch her. Ja, Mike hat's bestimmt so eingestellt, dass man das nicht schlagen kann. Doch, doch. Ah, ah. Von dir ist schon gar kein Lava mehr, weiß ich. Guck, Lava zu. Alter, wenn ich davorstehe, ist ja richtig... So eine Brücke. Das sieht nichts aus, ich hab's euch gesagt. Ja. Ja, gut, ich versuch was wert. Ja, soll ich die Spinnennetze alle abbauen? Ja. Von weiten sieht es auch aus, dass du irgendwie in eine Eiswelt kommen würdest, wenn du so weit weg stehst. Das mit den Spinnnetzen sieht gar nichts aus. Da brüßt man, da brüßt man noch so... Oh, mal wieder Tag, hurra. Auch mit den Quarzblöcken sieht das nix aus. Soll ich mal kurz im Internet mal gucken oder so? Ja, guck mal. Ja, mach ich mal kurz eine Aufnahme, Pause bis gleich. Schicksal am besten in die Gruppe rein. Ja. So, ich hab jetzt meine Aufnahme kurz beendet. So. So. Oh, ach, Google hier. Hilfe! Ja, ich hör jemanden wieder sterben. Scheiße! Ja. Neh mal alles einfach, ne? Ja, Google. Ich bin im Hotelzimmer. Ja, Moment, ich teleporte dir durch. Ob mal einfach alles, ne? Ja, Tropfen. Dann muss mir nur sagen, was er gehabt hat. Spinnennetz war das, dann Eisenbahn, ne? Ja. Das da, das da, das da, das da. Was hast du noch gehabt? Ich hab mein ganz Rüstung verloren. Ja, die steht hier. Ja, hier, komm mal, hier rüber, komm mal hier rüber. Links von dir steht noch eine Eisenbahn. Hast du noch was gehabt? Ich hab noch hier Eisenspitzhacke. Na, ich hab mein ganzes Equip verloren, wie gesagt. Ich hab halt so, dass man sich nicht gewarscht. Okay. Weil ich zu unfähig war, bespringen. Ja, jetzt sag mir mal, was du noch alles brauchst. Äh, mein ganzes Werkzeug und meine Rüstung. Ja, was hast du von deiner Rüstung noch? Äh, Brustpanzer und die Schuhe. Oh, ich hab noch 111 Gigabyte frei. Okay, jetzt guck ich's trotzdem. Minecraft-Wiki. So. Was wollt, was wollt, äh, was wollt ihr? Äh, Brücke. Brugtor. Brugtor. Gib mal Brugtor ein, da findest du mehr. Äh, Justin, kannst du mal hinten nach den Steinen gucken und die kaufen, bitte? Ja. Ach, Dings, Mikey, müssen wir auch noch was machen, gell? Was dann? Kommen wir zu mir? Hier. Du siehst mich grad nicht, gell? Ich komm doch grad. Wo bist du? Am Eingang von unserem... Also, wo der Eingang mal geplant war. Ja, warte, ich komm. Ja, bitte. Es schneit. Was habt ihr gesagt, wie heißt es? Äh, Brugtor. Was müssen wir noch machen? Äh. Ah, von der Symmetrie, gell? Ah, hier. Ja, weil, Tor ist jetzt dahin. Ja, dann müssen wir noch was machen. Ähm, warte, ich mach. Ah, nee, warte mal, das lass ich stehen. Eins, zwei, drei. Ähm, ja, das hier aber auch komisch ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei. Drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich hab nur sowas gefunden. Schickst doch, mach mal ein Foto mit dem Handy und schickst mal in die Gruppe. Okay, passt. Schickst doch mal das, wo wir es raus... Ja, warte, fuck. Ja, schickst doch mal, warte mal, das Handy hier. Ich hol mein Akku, ist gleich leer. So, okay, ich hab jetzt gecraftet, hab aber das Kabel, was noch in der Kiste war, hab ich noch mal wieder reingetragen. Ich hab's mal einfach mal geschickt, ne? Aber ob das was ist, eine andere Frage, ne? Ja, ne, das ist nix, nix elektronisches, Tobias. Mach einfach mal, gib mal bei Google Bildersuche, äh, Minecraft, ähm, Burgtor. Ich kann auch mal gucken, wenn du brauchst. Ja, guck mal. Aber, warte mal, mein Akku mal kannst du es her? Ja, bitte. Ja, das, äh, teilt es euch auf, zum Tobias und zu dir. Ich, äh, brauch nur ein Stack, ich brauch nur zwei Stacks, Entschuldigung. Aber bist du? Gibt da viele Burg-Türme, wenn ich's das eingebe. Burg-Tor, nicht-Türme. Ja, deswegen sag ich, es gibt ja viele davon. Ähm, Justin, ich hab ne Aufgabe für dich. Oder, wir beide. Alles klar. Ich hab auch, dass wir beide Karten auf dem Burg-Tor gucken. Äh, egal, dann macht ruhig und sagt mir mal, was heute, wenn ihr fertig seid. Ja, muss es so, so, so ein 0815 sein oder eins, wo auch aufgeht, elektronisch? Nein, es muss einfach nur eins sein, dass die ganze Zeit offen ist. Es muss nur keins sein, wo aufgeht. Ja, ich mach klar, dass das Darko-Ball, der echt dann für den Hinweis. Wir finden halt echt nur was mit Redstone. Gib doch mal Minecraft-Burg. Gib mal Minecraft-Burg ein. Wie wär das, wie ich's geschickt hab? Ja, das ist aber, geht, ist auch elektronisch. Nee, das ist da nette. Ja, das ist aber, das ist die ganze Zeit zu. Okay, warte mal, Tab. Ich will ja auch in die Burg reinkommen, irgendwann mal. Okay. Ja, mein Akku verabschiedet sich bald. So, kann man draufnehmen. Oh, da machst du hier grad nix. Ja, das ist mal schlecht. Ja. Also, ich nehme jetzt grad auch nicht jetzt auf, aber sonst muss grad momentan alle rumstehen. So könnte man's machen, oder? Ja, so gestaltet ist schwierig. Weil, äh, wie soll ich das sagen? Wir haben ja keine Sachen, wo oben drüber sind, weißt du? Wir haben ja nur... Kegelsteine, ne? Ja, genau. Aber wenn wir Wiki wieder zumachen, weißt du da besser Google-Bild aus, so. Äh, ja, Justin sucht noch, äh, Mike, kann ich irgendwas noch machen? Kann ich weiter unten nehmen, dann? Ja, komm mal. Nee, draußen wird Justin. Ah, ja, okay. Warten wir schon mal, was gucken, wie das aussieht. Wie vieles, steinziegler bei mir rumliege, ey. Ähm. So, ich tue jetzt weiter aufnehmen, ne? Ja, ähm, Tobias. Hä? Du musst mal auf die Mauer drauf und dann musst du immer so bauen, wie hier. Also, weißt? Zwei, zwei Steine, eins frei, zwei Steine, eins frei, zwei Steine, eins frei. Oben drauf. Ah, okay. Justin guckst du noch, oder was? Ah, ja. Zack, zack. Dann hier eins. Immer zwei, immer zwei und dann frei. So? Ne, du hast es falsch gemacht. Frei, frei hast du das Außere, muss weg. Nein, du hast... Guck dir das doch mal das andere an. So, Tobias. Immer zwei, zwei. Okay. Ist jemand runtergeflogen? Ja, ich. Boah, hier riecht es so lecker. Hey, bei mir in der Wohnung. Hab richtig Hunger. Wie schnell der Tag vorbeigeht in Minecraft, ey. Oh, ja. Mal kurz nach hinten lauf, wie das so aussieht. Ja. So. Wir könnten hier an deine Türme aufmachen, oder nicht? Bitte? Mal kurz nach hinten. Ich glaube, hier mal kurz um, hoch. So, zack, zack, zack. Das sieht scheiße aus, ey. Hier, die Ecke, die stört mich ein bisschen, Mike. Was? Ja, wo ist denn hier die Ecke? Die stört mich hier. Ja, da machst du einfach... Ich kann die auch wegmachen. Ja, du machst, komm mal hoch. Ja, über dir ist noch ein Block. Ja, ja. Hier ein bisschen auf die Seite, so. Hier, dann machst du hier zwei. Dann machst du hier zwei. Dann lässt du... Machst du hier zwei. Nein, da hinten, das ist ein bisschen blöd. Machst du hier einen. Ah, nee. Dann machst du so. Justin, wie sieht's aus? Ich hab... Also, die einzigste Möglichkeit ist halt, dass oben ein paar Zäune drankommen. Na ja, mach doch mal. Äh, aber wir machen andere Zäune. Was machst du denn? Ich will es ja zwei... Ich will es ja breit machen. Uah! Warte mal, wie hoch ist die Mauer jetzt hier? Eins... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die soll überall gleich hoch sein, ne? Habt ihr auch drauf geachtet? Weil die ist da viel höher, Tobias. Geh mal runter, geh mal runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, die ist zwei zu hoch. So, ich mach das mal hier schnell, ja. Und wie hoch ist die hier? Eins, zwei, drei, sechs. Hier ist auch sechs hoch. Hier. Bei allem nur die oberen, eine Kind macht sonst nix. Ja, jetzt hier doch, Tobias, hier. Auf der Mauer. Die Ecke ist hier fertig, ne? Ja. Ja. Die hab ich gemacht. Was entsteht um da, alles klar. Tobias, wie machst du das denn? Guck mal, das ist doch ganz einfach. Ja, das hast du richtig. Ne, wie? So ist die Mauer, oder was? So war die Mauer. Ja, da wo's draufsteht, da hab ich's ja erst. Du hast jetzt zwei, hier zwei, hier zwei, hier zwei, und jetzt kannst du immer weiter, man. Schräg. Okay. Du hast es falsch, hier eins frei. Ja. Ach so, so, dann hier wieder eins frei gelassen. Boah, Alter. Das war knapp. Hier und hier, dann hier und hier, dann hier und hier. Und jetzt kannst du weiter machen. Mein Gott, man hat mich stört. So, und jetzt auf der anderen Seite dann noch. Ja. Ich muss mal hier die Mauer zumachen, Justin. Jetzt muss ich nochmal gucken, ist die jetzt auch sechs hoch? Drei. Ja, ja. Kann sein, dass in der 1.10 die Sound verbessert wurden? Ja. Brauchen wir jetzt noch Stone Pricks? Eigentlich nicht mehr, ne? Nein. Wie viel habt ihr noch? Ich hab noch. Wie viel? Vier. Tobias hat's falsch gemacht. Hier hast du fast richtig, bis auf hier. Ah, okay, ein einziges fehlt, ne? Hier. Nee, hier. Und hier frei. Was hätte ich denn jetzt noch gesagt? Komm mal runter, Tobias. Justine. Ich hätte jetzt gesagt, ich mach noch den einen, das sind noch zwei Türme, die mache ich noch fertig. Ich hätte jetzt gesagt, ihr macht rundherum. Rundherum auf der Höhe. Warte mal, ich will was testen. Oh, das hört sich so scheiße an. Ich hab immer so Cyberlinks im Team. Das ist pink, das ist... Äh. Was machst du da? Warte mal, ich will was gucken. Ja, so Emporen. Eins, malz mal weg. Warte mal, mach mal die denn mit Dings. Was? Das vielleicht... Oh, ich weiß nicht, ob die Fackel weg hier noch Holz hinkommt. Warte mal, ein ganz kurzes Spaß gucken. Ach, die Fackel wird da hin. Ja, schon richtig hin. Wo sind denn die Standardzäune, Alter? Ach, da. Reichen. Okay, wir müssen eins runter. Sieht das was aus? Nee, ist zu niedrig. Wir müssen noch eins höher. Ich hab noch einen Sound oben. Nee, ich muss erst Sound und dann das Ding wieder. Könnt ihr auf der Höhe rundherum die Dinger da machen? Die Half-Steps? Ja. Warte mal, wenn es mehr Half-Steps gibt. Ja, ich krafte euch den Scheiß. Hier habt ihr schon mal 13. NAH! Ich hab 57 Druckplatten gemacht. Ich stepp. Alles klar. Wir sind ja mit 3. Ach du Scheiße. So. Ach, man. Holz soll es nicht mangeln. So, hier habt ihr nochmal. Hier ist die Nummer. Hier. 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 Rundherum auf der Höhe. Ich würde hier anfangen, wo ich eine 1 gesetzt habe. Hi, ja. Wo ist der Tobias? Ah, der Tobias. Mach mal den ganzen Scheiß mal hier weg. Nein! Ich bin zackt, brauche ich. So. Ja, sehr gut, Justin. Hat er immer noch einen ungebackenen Stein? Nein. Ja, ich bin zackt. Okay. Ja, jetzt hat er Tobias noch. Ich schlaufe da gerade. Tobias macht das Ding zu. Ja? Das sieht ja komisch aus. Warte mal, ich mach da wieder eine Treppe hin. Ganze Werkzeugs wieder. Auch an die Türme oder nicht? Äh, nee, nur... Ja, warte mal, ich komm mal vorbei. Ähm... Nee, nicht an die Türme, nur an den Mauern. Rundrum. Was, äh, das, das, äh, das Material? Hat er Justin. Okay, ja, da fehlen noch die, die Zäune. Da könnte eigentlich da noch so eine Leiter hinmachen, ne? So zum Hochkratzen. Machen wir ja auch noch, machen wir auch noch. Ich bin gerade hier am, am Loch, ne? Da sind keine ungebackenen Steine mehr drin, ich rast aus. Aber im Ofen. Ah doch, hier ist noch ein Steck. Die brennen wieder nicht, kann das sein? Ja, brauchen wir auch jetzt keine mehr, oder? Okay. Oh, nein! Hier. Äh, warte. So behindert dieser Dreckschnee, Alter. Weihnachten ist noch nicht da. Noch nicht. Ja, ich habe jetzt für die nächsten 395 Millionen Folgen Druckplatten. Yay. So, der Turm ist doch hier auch fertig, oder? Wie sieht's aus? Sind alle fertig? Nee, noch nicht ganz. Ich meine, mit dem Gestalten innen und so. Ah, so hoch sitzt. Ja, ihr habt, hier ist es falsch. Wieder. Auf der Seite. Guck mal hier, was habt ihr hier gemacht? Komm her, Tobias. Guck dir mal rechts an, guck dir mal links an. Alles klar. Ja, ich hab die nicht gesehen. Ja, macht ja nichts, macht ja nichts. Macht ruhig. Das war ich. Das war mein Fälle. Äh, habt ihr noch Stone Pricks in der, in der Dings Inventar zufällig? Ja, ich. Gib mir mal ein paar. Danke. Reicht, reicht, reicht. Ja, gib mir alle. So, jetzt stimmt's. Alles klar. Ähm, ich will euch ja jetzt nicht ärgern, ne? Wege. Ah! Aber fällt euch, aber fällt euch was auf dem Turm auf, der hier in der Mitte steht? Der ist komischerweise, was machst du denn da, Justin? Ich will noch schnell was versuchen. Ähm, der ist breiter als alle anderen, das heißt, wir können den nochmal verschmälern. Also ich frieße, zwei Blöcke, äh, Döner mache oder ein Block. Ja, warte mal. Wurde alle ausgemessen. Männer bist du. Ja. Ich bin schief, oder?